servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir starten in die woche mit news zu patch 10.2.5 und zwar hat blizzard ein neues entwicklerupdate für den ptr rausgehauen mit einigen änderungen und die wollen wir uns jetzt in diesem video mal anschauen es gibt ein paar änderungen liebe grüße an schütte der mich gerade entdeckt hat servus du bist jetzt teil dieses videos willkommen willkommen es gibt ein paar änderungen wie gesagt hauptsächlich klassenbezogen da kommen wir aber auch noch drauf das wichtigste eigentlich vorweg betrifft das drachen reiten dafür brauchen wir auch gar nicht in die notes gucken denn wie ihr seht hochland drache fluggeschwindigkeit um bis zu 830 prozent erhöht mit patch 10.2.5 wird das drachen reiten ja auch auf den alten kontinenten verfügbar gemacht also überall wo ihr fliegen könnt kann man dann auch drachen reiten benutzen allerdings hatte blizzard da schon gesagt dass die geschwindigkeit auf den alten kontinenten ein bisschen reduziert wird also ihr habt dann in den östlichen königreichen und kalim dor in anführungszeichen ursprünglich geplant nur 80 prozent der geschwindigkeit zur verfügung und das wurde jetzt in den neuesten notes angepasst das sehen wir hier oben dragon riding mountain speed outside of the dragon isles increased to 85 percent of the maximum speeds also sie haben die geschwindigkeit nochmal um fünf prozent erhöht heißt 85 prozent der geschwindigkeit des drachen reiten sind dann auf den alten kontinenten verfügbar das entspricht immer noch einer geschwindigkeit von rund 705 prozent im maximum wenn wir das vergleichen mit dem normalen mount speed da kommen wir halt auf maximal 310 prozent also drachen reiten ist in der spitze wohlgemerkt diese geschwindigkeit hat man ja nicht immer drauf weiterhin mehr als doppelt so schnell wie das normale fliegen also das nun mal als kleiner hintergrund dann was wir ebenfalls haben was sie hinzugefügt haben many night elves are now starting to arrive in bella meth in belana harbor das hatten wir uns ja schon angeguckt in einem video dass jetzt hier amir drassil in die welt von azaroth übergegangen ist auf den drachen inseln und mit patch 10.2.5 ziehen da die ersten nachtelfen hin erwartet noch nicht zu viel es ist jetzt noch nicht riesig aber es sieht so aus als werden da immer immer mehr nachtelfen hinkommen und da haben sie jetzt noch mehr eingefügt mit dem patch dann die azarothian achieves war ja ein neues feature da gibt es jetzt ein neues szenario welches man testen kann the big dick traitors rest was es damit auf sich hat weiß ich noch nicht aber nächste woche könnte ich oder diese woche könnte ich mal zeit haben auf dem ptr zu gucken dann können wir uns das einfach mal reinziehen würde ich sagen dann gibt es einige anpassungen hier für mage monk mönch krieger schurke hauptsächlich geht es dabei darum wenn eure klasse zum beispiel hier felin stomp also ich glaube felin stampfen oder so heißt es auf deutsch erwachte felin und so weiter und so fort diese namen werden jetzt weitestgehend umbenannt oder beim krieger sperr der bastion heißt dann champions spear oder sperr des champions und so weiter elysische macht champions might macht des champions und so weiter und so fort der hintergrund dazu ist eigentlich relativ simpel denn zum beispiel sperr der bastion und so weiter ist halt eine aufspielung auf besagtes shadowlands gebiet also das war die fähigkeit wenn ihr euch als krieger den kirianern angeschlossen habt wer damals nicht gespielt habt ihr konntet euch für einen der vier pakte entscheiden in den gebieten nekrolords mal draxos kiriana in bastion nacht fe in adenwald und event hier in revendreth und die namen haben jetzt halt teilweise noch anspielungen auf eben jene völker wie halt sperr der bastion und so weiter und so fort oder dieses felin stampfen spricht halt die fe an aus shadowlands und da blizzard schon gesagt die werden jetzt optisch überarbeitet das war schon drin und jetzt gab es halt für viele fähigkeiten neue namen dazu einfach um die fähigkeit ein bisschen allgemeiner zu halten und nicht so diesen bezug zu den schatten landen herzustellen finde ich tatsächlich ist mir ehrlich gesagt eigentlich egal aber vielleicht wobei macht sich da ein neuer spieler gedanken drüber ich weiß nicht könnt mir einmal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet zu dieser ganzen geschichte dann sehen wir noch eine p einige pvp änderungen beispielsweise beim enhancer shami gibt es ein paar kleine nerfs oder ein nerf über dieses talentoriums invocation beziehungsweise anpassungen für den fuhrkrieger gab es auch eine anpassung und dann noch zum schluss interface optionen neue und die betreffen den handels posten das finde ich tatsächlich ganz interessant und zwar wenn ihr das kann man jetzt noch nicht zeigen weil es halt nicht aktiv ist aber manchmal hatten wir so sachen wie beispielsweise dieses mediv transmog set welches es auch erst im shop zu holen gab nehmen wir jetzt einfach mal dieses dieses set als beispiel das steht ja auch dran hier oben links dass es irgendwann in den shop kommen wird also in den handels posten shop und bei dem mediv set hat blizzard das auch so gemacht es war erst zu kaufen und später dann im handels posten allerdings nicht als komplettes set sondern man konnte sich die sachen einzeln holen gut möglich dass sie das dann hier auch machen zum beispiel in der einen woche oder im einen monat könnt ihr euch brustkopf beine holen im nächsten monat dann füße und umhang oder so und da zeigt blizzard jetzt gibt es eine neue interface optionen wodurch ihr die möglichkeit habt dass items die zusammengehören optisch aber einzeln angeboten werden jetzt besser im interface des handels posten zu sehen sind das finde ich ist eine ganz gute sache denn zum beispiel bei dem mediv ding waren die verstreut weil unterschiedliche kosten und so weiter und da hat man es vielleicht nicht gesehen hat vergessen item zu kaufen whatever und so ist es einfach noch mal eine ecke übersichtlicher ja das waren die änderungen die wir bisher hatten ich bin sehr gespannt ich denke mal diesen monat werden wir nicht mehr so viel zu 10.2.5 erfahren einfach weil weihnachten und so weiter da ist bei blizzard ja tendenziell auch immer ruhiger aber spätestens im januar dürfte die ganze geschichte dann ordentlich an fahrt aufnehmen und ich bin sehr gespannt was der patch uns dann zu bieten hat damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video sehr gerne übrigens ein abo da lassen wenn ihr mich unterstützen wollt und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen